Ich weiß, wie das läuft. Du versprichst dich zu Ende. Mach Bella Hoffnung. Wir schmieden Pläne und dann kriegst du plötzlichen Anruf und verschwindest. So ist es nicht. Lena? Verdammt. Warum hast du aufgelegt? Ich bin unterwegs. Da war ein Tunnel. Du telefonierst beim Fahren? Ist Bella im Auto? Ich fahre nicht. Wer dann? Mein Dad. Nächste Frage. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Wie immer. Ich will nicht mehr kämpfen. Du lädst dafür. Mother Dusty, was ist bei eurer Operation passiert? Keine Ahnung. Es war eine ganz normale Sprengung. Dann regnet es plötzlich Container und wir liefern uns eine Schießerei mit einem verfluchten Helikopter. Und der war bestimmt nicht von der Küstenwache. Unmöglich. Wir empfangen Siggins Signale von Manila bis Ostafrika. Ihr habt mit eurem Feuerwerk irgendwen wütend gemacht. Irgendeine Ahnung wen? Die Liste ist ziemlich lang, Bruder. Tun wir OGA einen Gefallen, bleiben am Hafen und arbeiten die Liste ab. Nein, das ist nicht Sache der Nevi, Dusty. Wir bräuchten eine Genehmigung von ganz oben. Die hab ich schon. Tja, war ja klar. Was sagen denn deine Quellen vor Ort? Wir hatten da jemanden, Codename Argyrus. In einer Zelle auf der arabischen Halbinsel. Ihr hattet jemanden. Haben seit Monaten nichts von ihm gehört. Echt beunruhigend. Er könnte tot sein oder ausgeflippt. Er könnte überall sein. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Ort gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich in diesem Ort gekommen bin. Das ist nicht wichtig. Das ist wichtig. Spannende Musik Ich habe den Weg in der Schraubbe. Ich habe den Schraubbe geschafft. Gehe den Ort für einen Schraubbe. Gehe den Schraubbe. Gehe den Schraubbe und verletz dich auf den Schraubbe. Gehe 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 den Schraubbe. Die Hände in der Mitte! Gehen! Gehen! Das war's für mich. Wenn du den E-Sar verabschiedst, kannst du auf den Tadriken gehen. Wenn du den E-Sar verabschiedst, kannst du den E-Sar verabschiedst.